Hallo hier wieder zu jedem Sestas, hier sind die Akkukühe, weil ein Junge hier, der anonym bleiben möchte, hat sie mal, ich filme gerade durch den Zaun, hat da mal eine Kuh in den Stein an den Hintern geworfen und die ist dann rumgerannt, ja, und die laufen jetzt, die Akkukühe, beim Sonnenuntergang, ich bin heißer und schieb vielen Schreien, weil ich jeden Abend mindestens 30 Minuten Fußball spiele. Ja, ganz schön hier, ich bin jetzt heute in einer Woche hier, wie auch schon aus der letzten Folge, das ist auch, das ist Elektrozaun, ne, na dann, ciao, das ist der Akkukv-Punkt.